Hi, Anna hier. Ich möchte dir mal mal zeigen, wie du dir ein Ticket für den Livestream kaufen kannst. Ich bin hier jetzt schon auf der Website von Mustermakeover, hier oben auch schon auf Tickets gegangen und wähle jetzt eben hier meine Sprache aus. Und dann kann ich mich eben hier entscheiden, ob ich den Livestream für das ganze Wochenende möchte oder eben nur für den Sonntag. Ich entscheide mich jetzt mal für das ganze Wochenende. Und dann kann ich eben hier noch Aktionscodes eingeben. Ich habe jetzt bereits zwei eingelöst, und zwar einmal Rette die Mustangs, das ist dann der Code GIF20. Oder eben, wer einen persönlichen Rabatt haben möchte, nimmt dann MMO2020. Ja, so jetzt kann ich jetzt sagen, ich möchte ja eben ganz gerne 20% spenden. Wähle den hier aus. Das hier sind alles die gleichen Livestreams. Das ist ein Livestream, wo ihr entweder günstiger oder ihr spendet was. Es ist aber der gleiche Livestream, ihr bekommt dann nicht eben weniger, nur weil ihr weniger bezahlt. Sonst eben einfach ein ganz normaler Rabattcode. Ich benutze jetzt hier mal den, um 20% zu spenden. Und würde den jetzt hier in den Warenkorb tun und dann ganz normal bezahlen. Dann bekommt ihr einen Link und euer Passwort per E-Mail. Und mit dem könnt ihr euch dann gleich einloggen am Samstag. Und dann geht es los in Aachen für uns und für dich dann hoffentlich zu Hause. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Und ich bin schon ganz gespannt. Wir üben noch fleißig für Aachen. Und ja, ich hoffe, du bist dabei. Und ja, ich hoffe, du bist dabei.